Du meinst du jetzt hier vorne oder wo bist du jetzt mittlerweile? Ne ich hab das Projekt hinten erstmal auf Eis gelegt. Ach, Schramo. Das ist wie die Elbphiladelfia. Ich baue das Loch. Cremig-zart. Sparta-Loch. Das kann ich gut. Wunderschön. Danke. Damit muss man auch mal so ein bisschen hier mit den Schrägen bauen und so Ruckel. Doch, das ist von den Säulen ja gefällt mir das echt ganz gut. Dann kann das so ein bisschen nach vorne zu dem Hafen gehen. Dann bräuchten wir halt rathaustechnisch irgendwie was. Am besten da wo unsere Wand steht. Ich befürchte mal, es wird furchtbar aussehen. Ach du schon wieder, bau doch einfach. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich tatsächlich in Minecraft live in the woods, ja ein Hausbauer auch noch. Nicht nur irgendwas, sondern auch wo man drin wohnen kann. Boah, kann man Kartenersblöcke mit Fleisch machen? Nee. Nein. Fleischblöcke ist klar. Einfach Fleischblöcke. Ja, man kann ja mal fragen. Wir kommen in meinem Keller, hier kannst du gleich bleiben. Und die Alessandra hat Tendenz so sehr komisch aus. Da drunter kann er ruhig dann... Ich habe nichts kaputt gemacht, das sieht nur so aus. Was? Ja. Du hast es kaputt gemacht? Was? Wieso kommst du... Du kommst in meine Keller und machst die Dinge kaputt? Willst du, willst du Stress? Vielleicht will ich mal gucken, was ihr da macht. Ja. So, dann mach ich mal die Wand wieder weg und fang dann nochmal an, das Richtung Rathausplatz auszubauen. Besonders hübsch. Lässt mir das Schräge da so aus, lieber Chat. Ich guck mir das an. Ich bin der Chat, ich komm. Nein, du bist Fan, du heißt nicht Chat. Ist das denn sein dritter Name oder sowas? Ja, aber ich finde das ist okay. Das wirkt halt tatsächlich so ein bisschen futuristisch. Schrägen sind futuristisch. Ja, sind sie. Das ist ein bisschen... Ja, es ist futuristisch, das auf jeden Fall. Ja, futuristisch ist auf jeden Fall wieder gut aus. Futur 3 oder so ist das mindestens. Genau, es ist Futur 3. Für dich. Du wirst dieses Haus gebaut haben, werden sein. Tun. Immer ein Tun dran hängen. Ja, 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 Tun, Tun. Ja doch, das Fetzrahmen. Fühl das ruhig mal weiter. Und das ist ja nur außenrum, ne? Das ist ja jetzt nur so wie eine Verkleidung. Nein, das ist das ganze Haus. Nein, ich meine ja nur, das wird ja nicht in die Fassade integriert. Quatsch, in das Mauerwerk, sondern das ist tatsächlich draußen die Fassade. Ja. Ja, passt doch super. Sieht ja gut aus. Ach, Mann. Oh, das ist ja geil. Wenn man die Carpenter-Dinges-Bomsens hat und dann hält man Shift gedrückt und scrollt dann mit dem Mausrad durch, verinnert man direkt die Blöcke. Ja. Zumindest dann, wenn man die direkt in seiner Hand hat. Das ist ja very crazy. So, dann mache ich dann quasi sowas wie so einen Marktplatz. Und der ist so ein bisschen nach unten. Ist das jetzt symmetrisch? Ist der kratzig? Au. Ohne schräge Feuer hat mir besser gefallen. Ich probiere das einfach mal so erstmal. Mal gucken, was dabei rauskommt vielleicht. In manchen Mods gibt es Fleischblöcke, schreibt Condi Baller. Sehr gut. Läuft. Du musst das. Lass das erstmal so mal gucken, ob mir das auf Dauer dann... Sonst würde ich über die Telekom gelästert. Wenn ich hier dran vorbeilaufe. Uua. Kannst du an sich auch erstmal fast schöner? Leaaack. Aber schauen wir mal. Mach nicht. Oh egal. Das soll aber schon so ein Loch des Todes sein. Nicht so ein Loch von wegen so, oh hoppla. Nee, reinfallen, sterben, nie wieder spawnen. Das ist die Antwort an das Loch. Am besten labern noch unten rein. Naja, hier ist von Haus aus Lava, deswegen frage ich. Ich könnte ungesund werden. Moment, das müsste... Ja, ich mach die Lava erstmal zu mir. Das müsste... Moment, dass ich hab... Was? Aspatria, alles gut. Ah, no. Der Beton hier, das ist ganz schön. Hat was. Der Beton sieht echt gut aus, ne? Sieht jetzt ein bisschen aus, als ob das aus einem früheren Star Wars Film kommt. Ja, ist doch gut. Ob wir hier bei Jedi Academy wären. Ja, ist doch gut. Dort wo die Kinder gestorben sind? Star Wars, Jedi Nice, Jedi Academy. Nein, Jedi Academy war ein gutes. Okay. Hab ich den... Den hab ich, glaub ich... Den hab ich bei Honey gesehen, glaub ich. Ja, das war... Ich hab... Das war ein... Ich sitz immer noch davor, wenn ich das Let's Play mir angucke und weine vor Lachen. Ach, das ist unterhaltsam gewesen. Es war sehr unterhaltsam, ja. Aber vor allen Dingen aufgrund der Tatsache, dass ich halt nix gerafft hab. Aber es war sehr lustig. Ja, ach, das ist mir egal. Rafft auch auch nix. Aber noch absurder als meiner Lieblings-Let's Plays. Vor allen Dingen, es war halt der erste Shooter, den ich überhaupt je gespielt hab. Und... Dementsprechend hatte ich so mit der Steuerung meine Probleme. Entschuldigung, es war auch so das erste richtige PC-Spiel quasi. Das erklärt einiges. Stimmt, du hast doch da... Du hattest... Ich hab ja nur Konsole gespielt. Stimmt, du warst voll schlecht. Nein. Ich fand das lustig. Das war sehr amüsant. Das ist aber schon Jahre her. Ja, das ist wirklich... Das war 2012, oder so? Damals. Das erste Spiel, das PC-Spiel 2012. Und draußen stürmt es. Ja, wenn man vorher Mac gehabt hat... Hast du Coup? Franz, du bist alt. Bitte was? Wieso bin ich alt? 2012. Das erste PC-Spiel. Wie? Das hab ich überhaupt nicht gesagt? Ja, aber deswegen. Hä? Get the best time and I'll give you a kiss, because I love you. Herr, neue Subscriber. Und zwar Crimson United LP. Willkommen zurück im Land der Kätzchen. Willkommen zurück auf dem Olymp. Und meine Webcam hat manchmal langsam Probleme mit der Dunkelheit in meinem Zimmer. Ja, schlimm. Super. Das nennt sich Lampen. Schau mich an. Ja. Gibt's auch Lampendusa. Mh. 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 Oh, hast sogar nur vom Rahmen ein müdes Mh. 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 Ach, war das was lustiges jetzt? Nein, nein, nein. Ach so. Hast du ja mitgekriegt. Ja, nee. Ich hab nix mitgekriegt grad. Das hast du. Da hast du recht. Oh, Isar. Dunkel. Hell. Ja, ja, ja. Ist gut. Ich hab hell gemacht. Ich hab hell gemacht. Ist gut. Ich hab hell gemacht. Ist heller. Heller. Die Performance vorm Spiel ist aber echt nicht so der Knaller gerade. Nee, nee. Ob es mal nett auszudrücken. Ich hab auch das Fenster irgendwie nur so auf. Keine Ahnung. 1020p. Irgendwie so. Oder wie das heißt. Oder 1020. Nee, 720. Genau. 5000p. Ich hab das halt nicht voll von mir an. Ich nehm nur in 4K auf. Das passt schon. Und streame währenddessen. Ja. Genau. Wie so ein Gronkh, ey. Ich würde, wenn ich könnte. Ja. Oder auch, wenn ich könnte. Aber das kann ja niemand sehen. Der sagt das doch nicht immer. Was durften du da? Ich, äh. Gut. Weitermachen. Alles gut. Ich mache Dinge. Hey. Ich bin unschlüssig. Also die Leute. Hey Nickel Bank. Wer? Nickel Bank. Nickel Bank. Die Leute haben gefragt, warum ich dunkle Concrete Steine hier für den Keller nehme. Das erklärt sich glaube ich von selbst für den Keller. Ja? Nee. Hallo Killer Zami. Okay. Wie viele Blöcke sind das? Eins. Zwei. Drei. Voll. Voll logisch. Alter. Voll logisch. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Zehn. Und hier drunten. Und hier drunten. Genau. Gibt's jetzt die Garagendoors. Die sind geil, ne? Schrauben. Die sind geil. Eins. Zwei. Drei. Vier. Moment. Oh Gott. Müssen die drei hoch sein? Vier. Fünf. Ich hab die glaube ich bei mir drei hoch. Ja. Die müssen auch drei hoch sein. Neun. Zehn. Alles klar. Mehr von Beton machen sollen. Das ist super. Das war wirklich eine komplett andere Art wie ich jetzt baue. Ja. Ich glaube so sollte das aussehen. Mal zwischendrin wieder den Chat lesen. Worum? Was war? Ach sie wird immer noch über die Telekom gelästert. Lästert weiter über die Telekom. Das haben die verdient. Oh Telekom. Ja, haben sie auch. Blöden Kack. Schramo, wo bist du jetzt? Du bist immer noch da. Immer noch in meinem Loch. Ja, ich bin so unschlüssig. Und wenn ich unschlüssig bin, ist es immer so deprimierend. Oh. Dann ist ihm das peinlich. Oh. Oh. Und deswegen hab ich gedacht, ich mach erstmal eine Sache, bei der ich nicht viel falsch machen kann. Vielleicht so als kreative Ideenspritze. Wir sind hier, achso. Ramo? Ja. Sind hier Löcher drinne? Ja eben. Wieso sind hier Löcher drinne in meiner Garagendor? Kannst du optisch mit einem Fissel dran klippeln. Muss ich nochmal drüber? Warte, warte. Wo bist du denn überhaupt? Mit einem Hammer? In meinem Keller. 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 Hier. Wo ist der Eingang zum Keller? Hier drüben. Hier drüben. Ah, so krieg das. So, welches Garagendor? Hier das Garagendor. Ja, die musst du chisseln. Es gibt verschiedene Optiken. Okay. Kannst da auch so richtig große Fenster reinmachen. Oh Gott. Ach Quatsch, das ging mit dem Hammer. Ja, ja. Ich erinnere mich. Ist das jetzt symmetrisch? Kann auch mit dem Hammer sein. Ich bin mir unsicher. Ich hab das grad versucht. Mit dem Chisel ging's nicht. Oder ist das einfach nicht meine Tür? Ja. Ja, wurde hübsch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich hab's glaub ich symmetrisch gemacht. Ich komm nicht raus. Hui. Es sieht jedenfalls für mich sehr symmetrisch aus. Was? Weil wir Karpendor-Blöcke nehmen, ähm, wird das hier ein Lackgebiet? Was? Ernsthaft? Ist das so, Freunde? Ich glaube, wenn die Karpendor-Blöcke erstmal bearbeitet sind, lenken die nicht mehr. Aber warum soll das jetzt extra lenken? Weil dann quasi zwei Blöcke so ineinander geschüttert sind? Weil der Server beide berechnen muss. So, ein Quatsch. Ein Craft und seine Performance. Jep. Ein Traum. Sonst müssen wir dann halt alles, was austauschbar ist, halt mal austauschen oder so. Ja, dann mach ich das gleich von Anfang an. Wenn du so normale Blöcke setzen kannst und es die gibt, dann kann man die ja setzen. Na dann. Kann ich nicht sagen, ob das so dann, ob die Karpendor-Blöcke... Aber danke für die Info. Das ist natürlich interessant. Das ist echt scheiße, sowas, ey. So. Das ist doch komplett falsch hier. Er schreibt ja, symmetrisch. Nein, das fehlt rechts ein Block. Nee, hab ich jetzt nicht gesehen. Geht ja gar nicht. Wenn, dann müssten an beiden Seiten ein Block fehlen. Karpendor ist Längen nicht mehr als andere durchsichtige Blöcke. Nö. Aber ist es dann wirklich Längen im Sinne von Längen oder einfach, also dass Netzwerk-Performance blöd ist oder einfach nur, dass das Spiel dann langsamer läuft? Ich glaube, weil... Weiß ich nicht. Ich schätze mal Absur, aber dürfte es nicht... Das Wort Längen wird ja gerne sehr variabel verwendet. Ja, weiß ich auch nicht so genau. So hochgestochen. Irgendwas wird variabel verwendet. Oh, das ist ein schwieriges Wort benutzt. Verwendet. Ja, ich bin schlau, klug. Ja. Oder mit Vogel-V. Mit, mit Vogel-F. Vogel. Chessonade, seit sieben Monaten Subscriber auf meinem Kanal. Vielen Dank dafür. Wow, sieben Monate. Ui. Irre. 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 Hast du denn kein Leben? Ja, irre. Na, er hat mich, hallo. Schön breiter Subscriber. Brav. Hannibal, oh Hannibal, du bist mein Leben. Nein, jetzt nicht mehr, jetzt hab ich Ohrenkrebs. Ripp. Nee, das Leben muss ja nicht immer schön sein. Manchmal ist es auch hart, aber du hilfst mir dadurch. Hannibal. Aber jetzt ist noch so ein Hannibal, weißt du? Hannibal. Vielleicht hier wirklich gerade so ein bisschen. Schwierig sagen. Ja, wir haben auch noch eine riesige Höhle hier unten, nur so als Info. Äh, kurze Frage. Kann es sein, dass Diorite irgendwie einen Speedboost gibt? Ist ja eine Ahnung. Läuft so schnell da drüber? Weiß nicht, ich hab hier drei Blöcke liegen und da speed ich ganz schön drüber. Echt ein bisschen verrückt. Das weiß ich gar nicht. Kannst du mal hinsetzen, vielleicht ist das ein witziger Nebeneffekt. Das ist ein Standardblock, weißt du? Das ist ja ein Standard-Minecraft-Block, deswegen weiß ich nicht. Eigentlich Diorite, weiß ich nicht. Ja, Diorite ist in der Minecraft-Version neu mit drin. Speed ich immer drüber. Diorite. Voll witzig. Vielleicht lecken die weniger und dann hast du gute FPS oder so. Nee, die sind wirklich, also ich, Speedoop. Awesome. Ja, innen ist es symmetrisch, außen ist doch Fick egal, Leute. Sie hat Fick gesagt. Ja. Und egal. Boah. Sie hat egal gesagt. Da geb ich nen Fick drauf. Warte mal, wie sieht das aus hier mit den ganzen, aha. Ja, ich hab wenigstens nen Keller nach dreieinhalb Stunden. Ich mein, ich hab über 30 Folgen im Let's Play und ich hab nicht mal ein Haus. Ja. Also seid froh, dass wir hier tatsächlich was tun. Er hat mehr geschafft, als die letzte ganze Zeit überhaupt. Ja. 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 Das ist so einfach, wie das jetzt hier weitergehen soll. Ich erwünschte, ich müsste Server tun, das in Minecraft-Edit. Wie oft kann man da auf so ne Schräge draufhauen? Das ist ja perfekt. Das ist ja perfekt. Ja. Wie gerade. Bäh, sterbt alle, ihr blöden Blöcke. Okay, das ist gut. Boah, Autsch. Immer, du läufst grad nicht so geil hier. Hm, das sieht nicht aus. Meinst du, es ist wegen des Garagentors? Weiß ich nicht. Ach, kurzzeitig immer mehr FPS haben? Ja, es ist tatsächlich, ist tatsächlich wegen des Garagentors. Nicht wegen der Diorite-Blocke. Ach, das Garagentor lässt die Stelle laufen? Ja. Ich laufe unter dem Garagentor lang. Ja. Wie solltest du einfach erklären? Warum, ask me. I'm just a little girl. Aber das ist super witzig. Einfach unter dem Garagentor. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich Angst, dass es zufällt. Und mache einen Sprung. Ausfallschritt. Mutig. Warum gibt es keine dunklen Ventilatoren? So, das ist doch schon mal, das ist schon mal ein schöner Platz. Du bist ein Ventilator. Ich habe uns schon mal einen Platz geschaffen. Und Franz hat schon das erste Haus am Platz. Yay! Ich habe ein Haus am Platz. Nicht am See, aber auch. Ich hätte lieber ein Haus am Platz. Ja, sieht der Platz nicht aus, das stimmt. Da könnte man dann in die Mitte noch einen Brunnen, ja, ich dachte, das ist das cooler. Da könnte in die Mitte dann noch einen Brunnen rein oder sowas. Mhm. Und dann würde ich tatsächlich hier, fange einfach nochmal an damit. Cool. Ist ja wirklich eine Kanalisation da. Kann man eine richtige Kanalisation ausbauen, ja. Voll gut. Was? 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 Ja, hier die Klappen halt, die Metallklappen da am Boden. Also als Eingang. Guck dir mal mein Loch an, das ist auch total faszinierend. Nein. Nein. Nein, Schramo. Ich muss mal kurz gucken. Ich kann hier nicht mehr aus dem Keller raus, wegen der Karten das Blöcke. Was? Das ist ein wunderhübsches Loch und ich mag diese hellen, farbenfrohen Farben. Also es ist schön, diese lebensbejahende Energie, die davon ausgestrahlt wird. Nein. Das ist super. Und die Ventilatoren müssten dunkel sein, dann wird das auch cool. Das ist natürlich richtig cool. Das sieht aus, als hätte eine Horde Kindergartenkinder das mit ihren Buntstiften anmalen können. So schön ist das hier geworden. Boah. Boah. Destroyed. Nein. Lamo left the game. Lamo left live. Nein, ich weiß. Ich fand's lustig. Wenn du's symmetrisch gemacht hättest, wär's schöner. Okay. Nein, Traum. Ich wär das gut, dass du da gemacht hast. Nein, ich werd's jetzt symmetrisch bauen. Ich mach jetzt einen Raketenbunker. Genau. Ich finde, das ist ein Traum, was du dahin zementiert hast. Ja, das heißt ja noch nicht, dass es gut ist.